Ich stehe hier mit Linda. Linda vom Kanal Lillilin. Ich habe ja selber so einen kleinen Vielseitigkeitskanal, deswegen kommt noch die Frage, bist du schon mal Busch geritten? Nein, tatsächlich noch nie. Obwohl du ja einer von den richtigen Springreitern hier unter den Bloggern bist. Springen tue ich bis es, aber über so einen Baumstamm? Warum? Weiß ich nicht, da reite ich wirklich lieber gegen so eine Klamotte als gegen so ein... Weil das ist fest, also... Ja, es ist fest. Das ist das... Ne, traue ich mich nicht. Wer bist du? Springreiter. Jetzt kommt meine Buschfrage hinterher. Ja. Bist du schon mal Busch geritten? Ich bin, als ich eine ganze Ecke jünger war und nicht so viel nachgedacht habe, bin ich viele Jagden geritten. Ich hatte vorher mit meinem ersten Pony... Ja, da war das... Ich habe in Dänemark gewohnt zu der Zeit und da sind Jagden eigentlich so vom Prestige her ähnlich wie Turniere. Und da bin ich dann zehnjährig meine ersten Jagden geritten mit meinem völlig durchgedrehten Pony, was dann mit mir durch die Pampa geheizt ist und die Sprünge alle mitgenommen hat. Ähm, die letzte Jagd bin ich glaube ich 2003 geritten. Schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Ähm, und seitdem nicht mehr wirklich, weil ich aber auch ehrlich gesagt nicht die Pferde dafür hatte. Ich habe eben meine eine Stute, Wonne, die ist Tollpatschigkeit, so... Gibst du das? Hast du es auch nicht versucht? Ne, aber das ist auch wirklich eher so zu ihrem Wohl, weil wenn du sie siehst, die ist... Das ist so das Pferd, was gerne gegen Türen läuft, was gerne irgendwas umschmeißt, so... Dann habe ich halt gedacht, naja, so ein Baumstumpf, der gibt halt nicht zwangsläufig nach. So, und dann hatte ich halt Cäsarion, der hat Angst vor Wasser grundsätzlich, der sieht eine Pfütze und dreht völlig durch, also... Auch kein gutes Omen. Dann hatte ich noch Ziva, die ist völlig unerschrocken, aber... Die soll ja eigentlich erst Springpferd sein, ne? Das ist das Problem, die ist unerschrocken. Das ist so, wo ich wahrscheinlich sagen würde, Mäuschen, wir gucken uns das Wasser an und sie ist schon längst drin. Ja. Du musst vielleicht unerschrocken sein dann. Ich glaube, vielleicht sollte ich einfach auch die Augen zu machen. Ab und an. Ab und an. Und schauen, was passiert. So, ich stehe jetzt hier mit Kim Burschig, auch eine der zwölf Blogger hier. Ich bin ja Vielseitigkeitsreiter und habe auch so einen kleinen Blog. Und, ähm, bist du schon mal im Gelände geritten? Ähm, nicht auf Turnieren, aber ich bin früher mit meinem Springpony auch Geländesprünge gesprungen, weil ich das irgendwie cool fand. Und wir hatten so einen Springwald mit Baumstämmen und das fand ich immer super. Also, ja, sofern man das so sagen kann, glaube ich. Aber jetzt nur noch Dressur. Ja, ich habe mich auf Dressur festgelegt, weil ich bin zu Schüssig für Spring. Wir sind hier in der Blogger Lounge und ich sitze hier mit Beatrice. Wie heißt denn dein Kanal? Beatrice Merry. Ich bin ja Vielseitigkeitsreiter. Ich habe auch so einen kleinen Vielseitigkeitskanal. Bist du schon mal Busch geritten? Nein. Ich habe da auch riesen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sein. Also Hut ab. Krass. Also auch so, manchmal probiert man das ja aus, ne? Also da irgendwo mal so ein Baumstamm oder so, aber würdest du nicht machen. Wir haben nicht ganz so das schöne Gelände. Ähm, halt auch nicht wirklich die Möglichkeiten. Vielseitigkeitssport ist im Osten, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen. Ja, das stimmt schon. Also wir haben einen Stall in der Umgebung, wo man mal ein bisschen Busch reiten kann. Aber extra hinzufahren und das Risiko einzugehen, dass es nicht funktioniert, mhm. Lieber nicht. Viviane. Hallo. Hallo. Wie heißt dein Kanal? Ich habe zwei Kanäle sozusagen. Also ich habe einmal Instagram. Da heiße ich Viviane mit 3a-n. Und ich habe einen eigenen Blog. Der heißt Vivianesblog.de. Wie schön. Und wo kommen die 3a her? Warum 3a? Viviane mit einem A gab's schon. Das ist eine einfache Erklärung. Sehr schön. Jetzt stelle ich noch eine Buschfrage. Ich als Vielseitigkeitsreiter, bist du schon mal Busch geritten? Ich habe die drauf vorbereitet auf die Frage. Deswegen muss sie jetzt lachen. Stephanie Bender. Liebe Grüße, falls du das siehst. Ja, gell? Liebe Grüße. Nein. Aber ich war schon als Begleiter unterwegs. Sehr schön. Aber kein Blutgeleck. Das ist gar nichts für mich. Das gibt ja nicht nach und so. Aber nee. Ich gucke lieber zu und brille und Feuer und alles. Nein. Wir müssen mal zu uns kommen. Mach ich. Das ist bestimmt so. Nein. Das ist zu hoch. Das ist zu holzig. Das ist zu nass. Ich sitze hier mit Nadine. Dein Kanal heißt ja Mr. & Mrs. Button. Wo kommt denn das her? Mein Pferd heißt Jim Knopp und ich habe irgendwann auf Facebook mal gepostet so privat ein Bild von uns beiden und habe darunter einfach geschrieben Mr. & Mrs. Button. Und so ist es dann entstanden. Als ich die Instagram-Seite dann eröffnet habe, brauchte ich ja einen Namen. Dann habe ich erst überlegt, das mache ich. Und daraus wurde dann Mr. & Mrs. Button. Was für eine witzige Story. Bist du schon mal Busch geritten? Ja. Also ich wollte eigentlich sogar mal im Gym in die Vielseitigkeit gehen. Und hatte mich zu einem Lehrgang angemeldet und bin Donnerstags noch Dressurstunde geritten. Und Freitags kam ich in den Stall. Samstags wäre der Lehrgang gewesen. Und dann hatte er so ein Sprunggelenk. Oh nein. Und vorher hatte ich eine Reitbeteiligung bei einem Vielseitigkeitsreiter. Und habe da dann auch alles so mitbekommen. Von klein auf. Mit an die Schrecken fahren, ablaufen. Und was das alles für Sprünge schon sind. Und ich glaube mein erstes Eulenloch bin ich drei oder vier Mal angeritten. Bis ich mich getraut habe. Ja das ist auch gruselig. Aber es macht super viel Spaß. Also deswegen finde ich cool. Wäre ich sofort dabei. Leider momentan. Wie schade. Ich sitze hier mit Miriam. Was ist dein Kanal? Also ich bin auf Instagram unterwegs unter Miriam Viola. Und auf YouTube heiße ich Miriam Viola Vlogs. Einfallsreich der Name. Ja aber so findet man mich da. Ja. Vielseitigkeitsreiter. Oh cool. Das liebe ich. Vielseitigkeitsreiter. Oder den Mini-Bloggern. Aber ähm. Bist du schon mal Busch geritten? Ja einmal bin ich in die E-Vielseitigkeit gegangen. Das war cool. Bei uns im Stall. Wir haben auch so eine kleine Geländestrecke. Da war ich sogar platziert erstaunlicherweise. Ja cool. Ich wollte ausbauen. Ja bloß mein Pferd ist so ein bisschen schisser. Und es ist dann. Ja. E geht dann noch. Aber ich glaube A wird es ja dann auch nicht mehr machen. Besonders wir haben so. Bei uns beim A-Gelände ist so ein riesengroßer Baumstamm drin. Mit so einem riesengroßen Graben drunter. Der ist echt. Also ich finde den total gruselig. Du wahrscheinlich nicht. Aber ja. Aber das E-Gelände hat mega Spaß gemacht. Also es war echt cool. Ja. So ebenfalls. Willkommen in meiner kleinen Ecke. Die ich hier umgebaut habe. In der Vlogger-Lounge. Ja danke. Bist du schon mal Vielseitigkeit geritten? Tatsächlich bin ich das. Ja. Als Teenie bin ich sogar. Was heißt erfolgreich. EA Niveau mit meinem Pony damals. Durch die Vielseitigkeit. Bis dann irgendwann schwerer Sturz kam. Und seitdem habe ich echt Schiff. Okay. Also das heißt das Hindernis. So was nicht höher als ein Galoppsprung ist. Nehme ich im Gelände noch mit. Aber darüber hinaus. Mir rutscht das Herz in die Hose. Und ich denke mir auch. Muss ich mir ja nicht antun. Nö. Für mich geht es ja auch nicht. Genau. Carina wie heißt dein Kanal? Also meine Instagram Seite heißt Carina unterstrich lange. Mein YouTube Kanal Foxy and Karre. Ganz viele verstehen das immer falsch. Das ist sehr englisch. Foxy and Care denken viele. Aber nein. Foxy und also and Karre. Das ist unser Spitznamen. Von. Also Spitznamen von. Also mein Pferd heißt ja First Choice Edition. Und meinen Spitznamen habe ich früher in der Grundschule bekommen. Karre. Ah Karre. And Karre. Jetzt kommt meine Busch Frage. Weil ich bin ja Vielseitigkeitsreiter. Ah echt? Ja und habe auch so einen kleinen Kanal. Ich bin noch nicht so fame. Aber bist du schon mal Busch geritten? Versucht irgendwie? Ne ne. Also wir waren auf der Horner Rennbahn. Aber das kann man ja nicht Busch reiten nennen an sich. Aber ähm. Das war auch so ne. Das war echt krass so auf der Rennbahn mal einmal ordentlich zuzulegen. Aber das ist bestimmt richtig cool. Ja. Also ich will es tatsächlich mit Foxy mal machen. Weil mit ihm habe ich einfach schon alles durchgestanden und alles ausprobiert. Er ist so auch das erste Pferd mit dem ich jeden Scheiß mache sage ich mal so. Und tatsächlich möchte ich mit ihm auch einmal so Geländespringen machen irgendwann. Cool. Ja. Ich kriege hier noch alle dazu, dass sie irgendwo mal auf dem Geländeplatz fahren. Ja doch da hätte ich echt schon Lust drauf. So. Ich bin hier mit Nina. Du bist ja glaube ich unter den Bloggern die einzige Gleichgesinnte unter den Buschreitern. Ja. Also zur Zeit reite ich mehr springen. Eigentlich vor allem weil das Pferd einfach eher so das Springpferd ist. Und mit dem Pony bin ich zwar hauptsächlich Busch geritten. Aber der ist jetzt auch schon 17 und geht deshalb jetzt auch kein Gelände mehr. Und deshalb bin ich gerade eigentlich nur im Springen unterwegs. Soll das so bleiben? Es ist nicht geplant. Dass es für immer so bleibt. Aber jetzt erstmal schon. Was bedeutet denn so Vielseitigkeit für dich? Also in der Vielseitigkeit im Gelände finde ich hat man einfach noch am meisten Spaß. Und es ist auch einfach das Adrenalin was man während der Strecke hat. Und es macht unendlich viel Spaß und man hat eben auch genug Zeit um das zu genießen. Und auch einfach mal richtig vorwärts zu galoppieren finde ich ist das Schönste eigentlich. Ja. Das finde ich allerdings auch. Und dein Kanal heißt Luisa Zuckerwatte? Ja so auf YouTube heiße ich Luisa Sophie nochmal. Und dann habe ich ja noch meinen Instagram Account und da bin ich eigentlich so überall bekannt mit Luisa Zuckerwatte. Wo kommt denn die Zuckerwatte her? Ja das fragen mich viele. Ich habe ganz früh mit YouTube angefangen. Da war ich auch noch relativ jung. Aber woher jetzt genau dieser Zuckerwatte-Namen kommt kann ich gar nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Das ist ja witzig. Ja. Ich bin ja Vielseitigkeitsreiter. Okay. Und wo du sagst vielseitig unterwegs. Bist du schon mal Busch geritten? Ja ich musste einmal für ein Provinzialturnier bei uns aus dem Verein. Da muss man immer ein Reiter muss springen, Dressur, Gelände gehen. Und meine Stute ist halt echt super. Die macht alles mit. Und dann haben die mich gefragt ob ich das nicht mal versuchen will. Und ich so ja hätte ich Bock drauf. A geht ja auch noch von der Höhe. Und hat die auch super mitgemacht. Waren wir auch null. Und das hat echt Spaß gemacht. Aber ausbauen würdest du das jetzt nicht wollen? Ich weiß es nicht. Ich glaube so A finde ich immer so mhm. Und ab elf jetzt glaube ich dann schon stehen da schon einige Sachen. Ich glaube mit meiner Stute könnte ich es auch machen. Aber irgendwie bietet sich das nicht an. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ne will ich auf gar keinen Fall machen. Aber irgendwie bietet sich das nicht so an mit Training. Und dann müsste ich nochmal. Es ist so viel Aufwand. Aber eigentlich finde ich es cool mal so eine Vielseitigkeit zu gehen. Alles so zusammen. Aber keine Ahnung. Vielleicht entwickelt sich ja irgendwann nochmal was. Krieg ja alle noch zum Geländereiten. Ich bin sicher. 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 Sie ist ein großer YouTube-Channel. Ich bin sicher. Diese Frage darfst du mir jetzt auch beantworten. Zählt als Buschreiten, ob man mal ausreiten war oder ob man mal Busch geritten ist? Ne, schon über einen Geländesprung. Also es zählt nicht wie hoch der Baumstamm war. Aber es muss schon irgendwie eine Art Baumstamm, Billard, irgendwas gewesen sein. Ich bin tatsächlich schon viele Buschsprünge geritten. Also ich war zwischendurch immer mal auf so Plätzen. Und da bin ich nicht nur Baumstämme gesprungen, sondern auch so Wasserdinger durchgeritten. Und ganz früher da in der Reitschule, wo ich war, da gab es halt so einen Riesenplatz. Und die hatten draußen so eine komplette Geländestrecke um die Wiesen. Und da bin ich schon drüber. Und einmal hatte ich so ein junges Pferd und dann dachte ich mir, das kann der schon. Der wollte dann aber da drüber galoppieren. Also er wollte nicht springen, der wollte da hochlaufen. Ist aber gut gegangen. Aber ich bin tatsächlich schon einiges gesprungen. Ich finde das auch immer schön. Ich habe das Gefühl, den Pferden macht das mehr Spaß als über Stangen, die runterfallen können. Dann zucken die so ein bisschen mehr. Aber du würdest das jetzt nicht anfangen? Ich hätte da schon Bock drauf. Also mit Wölbchen hatte ich immer Sorge, weil die Füße halt ihr weh getan haben. Also ich glaube, Wölbchen wäre das perfekte Buschwert gewesen. Weil die ist gut Dressour gelaufen, die ist gut gesprungen. Und die hatte immer Herz. Ja. Aber ihre Füße waren halt immer so ein bisschen empfindlich. Und das ist halt schlecht für einen Buschwert, ne? Ja. Aber Kanto ist glaube ich so, der würde, das ist egal, den kannst du auch so einen Obstwagen hinstellen, der springt da drüber. Ja, Annika, ich würde sagen dann, ja, es gibt Obstwagen bei uns, über die wir springen. Ja, gibt es. Das hast du ja nicht super. Dann würde ich sagen, gebt dir mal Mühe. Ja, kann ich mal irgendwo hinkommen? Wenn man so eine Geländstrecke dann hinter sich hat, ist auch echt so ein bisschen Glücksgefühl dann. Ich glaube. Das hat man zusammen geschafft. Und ja. Also ich nehme mir jetzt vor, dass Kanto und ich demnächst mal ein Geländehindernis nehmen werden. In irgendeiner Form. Am liebsten Wasser. So Pliss, Platsch. Wenn ich dafür verantwortlich bin, meine liebe Freunde da draußen, dann habe ich ja schon alles richtig gemacht, ne? Kriegst du ein Foto? Ja. Kriegst du ein Foto? Sehr gut. Hilfe. Danke. Woah, danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020